Kapper, Gold, HV und sonst nix. Ja, und T-Dochter hat die, ähm, zwei Instoluted Gold-Käbel. Und die HV? Und die HV-Käbel. Die viermal, alter. Äh, die viermal, das sind die ganz großen. Für was braucht man denn die? Ja, für die großen Maschinen und so. Aber meistens für die Glasfaser-Kabel sind. Glasfaser-Kabel? Glasfaser-Kabel? Da gibt's Glasfaser? Sollen sie bei uns auch mal einwohnen? Sollen sie bei uns auch mal einwohnen? Guck, warum muss es einfach sein, dass die Diamanten? Und mit Copper-Käbel kann man so gut wie alles machen, oder? Ja. Äh, da. Äh, 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 äh. Ich guck mal kurz, wie man ein Jetpack baut. Ja, ist klar. Closed-Down-Staub. Ja. die Kupfer da ein wurde mit dem Reis Gold Euro von mir und Schüler noch auch kommen der Kukratz Inventar so ist das ja und mit den Kuhn hier ist dann noch eine Welt Box Alter die Jungs Kino um was man dafür braucht er findet man nicht hier leicht und hier ist bei der Armut dauer eine Wien wie viel wie viel und um Nein, mein Bumarang! Wie funktioniert denn der überhaupt? Tja! Nicht einfach, ja genau! Oh Junge, hör auf, ich bin versort! Ey! Ey! Oh, wir haben noch ein zweieinhalb Herzen! Echt? Leute, das sieht geil aus! Was? Finde ich! Das mit dem Dach über den... Hallo! Was soll der Scheiß? Was denn? Warte! Die Stufe hab ich! Mann, wie weit, wie weit fliegt der? Warte! Oh, yo! Mann, dich treff dich da oben! Loll, ich hab deinen! Wow! Ja, das sind beide! Meine! Meine ist da oben! Über dir! Rechts! Ja! Nein! Jetzt! Ja, genau da! Loll! Ey, wie cool der gerade eben da drin steckt! Mhm! Wie so ein schwer, oder wie so eine Waffe! Wollen wir gleich mal ein Bild, du! Wie lang brauchst du, um ein Bild zu machen! Alter, fliegt ja überhaupt nicht dahin, wo man hinzielt! Oho! Ähm! Ey! Wow, Juli! Du musst auf den Boden zielen! Was? Das ist, du kommst! Guck! Der ist glaub! Jetzt müssen wir mal, Nein, der hängt jetzt da. Haha! Putz auf den gespielt! Monik in Bumarang zu den Bumarang abschießen muss die Mauer Prokop um Gott das wird die Bumarang wieder weg dafür braucht mehr diesen Mondweil auch schon im Programm im Buschmann Bumar Du hast gar nicht gesagt, dass ich hier die Ebene eingeebnet habe. So richtig eingeebnet. Hab ich auch nicht dazu gesagt. Ha? Hab ich auch nicht dazu gesagt. Voll fies von dir. Wie würde denn? Komm schon ins Haus, weil dann würde ich sagen, würden wir die erste Aufnahmesession hier beenden. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich bin da. Ne! Äh, ne! Ey, das hat mir ein Verpacken gegeben. Böse, Juli. Oh! Ja, was soll ich abnehmen? Hey, ich hab aber keinen. Hä? Äh, ja, ich hab ihn. Ich hab keinen. Ich hab ihn ja auch. Ich hab keinen. Nein, jetzt hab ich einen. Nein. Haha, hab ich gerade nichts. Oh, lol. Lol, ich hab keinen mehr. Ey. Nein, nein, nein. Was denn? Du hast schon wieder beide. Du hast schon wieder beide. Ja, halt da lang. Weg! Nein! Nein! Hey! Äh, äh. Äh, äh. Ah, äh. Äh, äh, äh. Äh. bettchen das ist mein bädchen oder aufs Bettchen wettet auf wo ist es hier hier ist weg ach so, was ist in meinem Bettchen ja so also ooooh minimal müde dann würde ich sagen ich hoffe es gefällt euch die Season 2 wir entschuldigen uns nochmals für die Season 1 das war von uns ein leichter Fail von mir vor allem von allen Beteiligten und ja wenn es euch gefällt lasst einen Daumen da ähm oh Gott nein was ich habe gerade eben das, dass das Motivierregal angeklickt achso lasst einen Daumen da und dann würde ich sagen sehen wir uns weiß ich nicht entweder in der nächsten Folge oder gleich wieder und ja wir verabschieden uns und sagen tschüss bis zum nächsten Mal ja so meine Freunde herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Jackets mit dem mit dem Paddy ja ja okay jetzt muss ich kurz noch Heiko schreiben weil da habe ich mich zu MW2 eingeladen um Prozent ein Lund Jannis spielt jetzt auch MW2 Säge wenn wir mal n 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 auto dass USB tot equip n ja er lasst doch lieber meine spitze gemacht oder so ein scheiß steckst du steckst